Ja, willkommen zurück zu Dead Space. Oh, was war das denn? Einmal zu viel geklickt. Und erstmal danke sehr an euch alle, denn inzwischen bin ich Nummer 68 der meistgesehenen Leute deutschlandweit diese Woche. Äh, nicht 68, 98. Oder hab ich 98 gesagt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich Platz 98 der meistgesehenen Leute Deutschlands in dieser Woche. Und das ist doch ziemlich viel, finde ich, weil Deutschland hat... Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und ich weiß, dass Sie es interessieren müssen, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navigarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Eilen Sie sich. Ich wollte gerade sagen, Deutschland ist ja doch ziemlich groß. Und mir ist gerade aufgefallen, dieser Typ sieht aus wie der Typ, der dem Kapitän des Schiffs eine Spritze ins Auge verpasst hat. Oder meine ich das nur? Vielleicht könnt ihr mich da ja unterstützen oder das widerlegen. Ich bin mir da nicht so... Was war da? Eine Flasche Ketchup. Ich bin mir da nicht wirklich sicher. Uh, was liegt denn da? Kein Porno. Schade. Weiter. Ah, randalieren! Hui. Ich liebe randalieren. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Wegen Selbstmördern. Und wir können hier nicht rennen. Aber es sind gar keine... Ne, ich habe gerade gedacht, da hätte sich was bewegt. Es sind gar keine mehr da. Sind wir richtig? Sind wir. Uh, das ist auch so ein Abschnitt, den ich hasse. Ja, hier hängt schon wieder irgendwo so ein Fetti an der Wand. Wunderbar. Oh, jetzt hat es gelegt. Was man durch so ein Leck alles einsteckt. Das ist doch scheiße. Hau mal ab hier. Ich muss mal eben nach hinten. Vorschnellen. So, und überleben. Ich höre was. Oh. Könnte auch die Mine... Oh, ich habe tatsächlich was gehört. Nachladen. Komm schon. So. Ähm, Medikit wäre natürlich besser gewesen, findest du nicht? Ah, das Ding lebt noch. Verdammt. Das war ein kritischer Treffer. Genau in mein Herz. Oha. Uh. Also mir fällt auf, ich kack nur noch ab. Ich muss mal was dagegen machen. Wahrscheinlich mal ausschlafen oder so. Auf jeden Fall, seit ich was getrunken habe, spreche ich aber auch wieder deutlicher. Also, was das Lesen eben anging. Finde ich auf jeden Fall. Ihr könnt das wahrscheinlich einem... Das Spiel ist verpackt. Da liegt noch die Strahlmunition. Da, friss meine Minen. Ah, schieß doch. Also bei dem Strahl schießt der manchmal nicht. Das ist schon scheiße. Schieß. Schieß. Ja, ohne Kopf hier Amok laufen. Ah. Also, Taktik überdenken. In den Gang. Zweimal Mine schießen. Plasma Cutter. Huh. Ich hoffe, das wird was. Ist nachgeladen? Ja, ist nachgeladen. Ah, einmal. Zweimal. Plasma Cutter. So. Schwarzer. Wo bleibst du? Da war er. Komm her, du. Also, das war ein schneller Abgang. Man sieht eindeutig, seit der Plasma Cutter ein bisschen abgegradet ist, geht das schon viel schneller, wenn man da mal nicht abkackt. Oh, wo kam der denn her? Ach so, die haben sich gerade selbst zerstört. Ich dachte, da werden schon wieder neue. Ähm, Stase Pack. Boah, das sehe ich gern. Wo ist denn die nächste Stase Station? Lohnt sich das? Das Ding zu benutzen? Ja, auf jeden Fall. Huh. Wir haben wenig Stase Energie. Da, 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 da. Wir nehmen mein Medikit. Da, 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 da. Wir haben gerne mehr. Na toll. So. Nachladen. 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 Ein bisschen monoton, aber ich muss nachladen. Ui. Äh, die nehmen wir. Die ist besser. Was haben wir noch an Munition? Fällt mir gerade ein. 23 Schuss plus 14. Ah, ah, hier. Wie war's? Ähm. Ähm. Äh. The, 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 the. The Master, ich, es tut mir gerade leid, mir fällt dein Name nicht ein, aber hier sind nochmal Toiletten. Ich hoffe, du weißt, dass ich dich meine. Uh. Äh. Shadow Master oder? Nein, mir fällt's nicht ein, es tut mir leid. Ich werde auf jeden Fall hier nach noch ein Video machen, ich guck mal nach, wie es war. Uh. Ich weiß nur, dass du gerade eben die ganze Zeit fleißig meine Videos kommentiert hast. Und das finde ich nett. Danke sehr. Ui. Um die Uhrzeit noch Videos kommentieren? Ui. Das ist hart. Uh, was haben wir hier? Aber es gibt natürlich auch andere, die das machen. Und auch danke an euch. So. Ähm, ja. Ähm, ja, ist gut. Mal ein schöner Raum. So, mal sehen, was jetzt kommt. Ja, sieht ja soweit scheiße aus mit dem ganzen Blut, ne? Ja, ganz schnell zum Medikit. Die Lebenserhaltungssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Ich höre schon was. Ich höre ganz viele Sachen, wenn ich mal so ehrlich bin. Also jetzt nicht in meinem Kopf oder so, sondern hier in dem Spiel. Ich wollte die Credits aufheben. Was machst du, Vollidiot? Du drehst dich um. Da hängt ja was. Wir gehen jetzt erst mal speichern. Nein, tun wir nicht. Wir heben jetzt erst die Credits auf. Wenn ich dazu erst Abstand nehmen muss. So. Gucke ich mich aber direkt mal gründlich hier um. Strahl. Oh, war's das? Das war's. Ich hab das Gefühl gehabt, hier wär noch was gewesen. Als ich hier reinkam, sah es so aus, als ob da was leuchtet. Aber ich bin inzwischen so müde, ich bilde mir Sachen ein. Auch nicht schlecht. So. Speicherstation. Hm. Ja, das ist der Älteste. So, hier direkt ein Schnitt. Oder? Ne. Wir haben noch gute zwei Minuten. Da gucken wir mal in den nächsten, ähm, in den Schlafraum A rein. Da liegt was. Oh. Ich hasse dich. Und wieso seh ich nix? Mach plaps. Blöde, scheiß Dreckskamera. Da lang. Ziel doch, du Vollidiot. So, noch zwei oder ein Schuss. Mach schon. Noch mehr als zwei oder ein Schuss. Boah. Nicht in das Loch. Schieß. Ah. Boah. Tschö, Isaac. War schön mit dir. Also, die Cut-Szenen hab ich noch nie gesehen. Die ist gut. Die merke ich mir. Die ist gut. Hui. Ich bin noch nie an so einem Ding gestorben. Naja, es gibt immer ein erstes Mal. Ja. Und wir werden das Ding jetzt zerhackstöckeln. Als Rache. Das passt garantiert noch ins Video, wie ich mir meine Rache hole. Und diesmal geh ich enger, damit ich direkt freie Sicht hab. Und wieder die Kamera. Es ist schön. Ziel. Isaac, du bist dein Schwachkopf. Und du wirst auch immer einer bleiben. Ziel. Ziel, Isaac. Isaac, mach keinen Scheiß. Eins, zwei. Boah. Ich glaub, zwölf oder elf Schuss hab ich jetzt gebraucht. Und jetzt ein Schnitt. Obwohl, wir gehen noch wieder hin zum Anfang des Raumes. Und dann ein Schnitt. Und ich sage euch eins. Jetzt wär's mit mir verdirbt. Ich hol mir immer meine Rache. Ja. Schnitt. Ich nied. Vielen Dank.